Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play von Minecraft. Es tut mir leid, dass die Upload-Reihenfolge ein bisschen verschieden ist, aber das Wähler ist halt ein bisschen blöd. Die Upload-Zeiten sind bei den Videos einfach verschieden lang. Ich tue die nach der richtigen Reihenfolge immer hochladen, aber hochgeladen sind die mal in der falschen Reihenfolge. Ich weiß echt... Sollte ich vielleicht einen kleinen Abstand zwischen den Videos lassen. Ja. So wie war, wo kommt dieser Wichser her? Wo kommt dieser Wichser her? Nein, 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 nein. Du stirbst, du stirbst. Nein, 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 nein. Das ist nicht wahr. Haltet eure Backen! Ihr sterbt mir gleich, ihr sterben gleich, ihr sterben gleich. Ähh. Alter ich bin jetzt fast tot! wo kommt denn immer dieses elende wasser her hast du die quälte von unter ja ich hätte mir bogen machen mit dem soll ja das hat man nur halt davon das wasser der so kommt her dieses blöde wasser zum weg wasser los wo ist die scheiß quelle aber ehrlich wo ist diese blöde quelle ich bin jetzt gerade nicht wirklich so gespräche aber zu glück ist die spitze fett zugrunde zu kommen hatte jetzt hat er unter was ich angreifen und war es glatt da sehen doch so wie welches wasser los da ist die quelle hallo skelett, Aua, Fick Dich wow, der hinten trefft wo's gelernt sein okay, ich will zurück oh, ich hab jetzt fast reingesprungen so, dann will ich mich mal zu ihm hey hey ja, okay krieg Dich so, der ist tot so, das ganze Wasser muss weg hier seh ich noch hinten der Wichser aaaaaaaa Probein, Hallo Gott, viel zu... Ne, ne, ne... Lass mich mal zu dir hin, kleiner Spacken. Arschgesicht! So, dieser Spacken hin. So, die Quelle muss dort weg. ja ich habe nur schlimmer gemacht okay ist immer noch schlimm kleines arschgesicht und alles was ich will ist die doofen diamant abbauen bin ich echt so schlecht ich glaube schon ja glaube ich sogar sehr mache ich hier schon viel dabei bauen wasser ist behindert wie mache ich die quelle weg ich warte bis ich direkt bin dann renne ich auf ihn zu Alter ich bewege mich die ganze Zeit automatisch WTF ich bewege mich die ganze Zeit automatisch okay los geht's au wie geht's etwa hier hey halt die Klappe daneben entstiert du verficktes Arschgesicht oh wie süß und noch so ein scheiß Skilett haaa fiss dich oh wie süß hey hat der ja verfickte Fresse Alter diese scheiß Zockies ne die Räglichkeit zwar war aber endlich kann ich die Diamanten abbauen und zwar in Ruhe ich habe das natürlich ein bisschen eingebuddelt aber fuck you stein ähm okay Alter 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 dieser blöde Controller ist kaputt ich brauch mal einen anderen Controller der Controller ist definitiv kaputt ich bewege mich die ganze Zeit automatisch nach rechts da da macht das die ganze Zeit Alter gut jetzt habe ich den hier und genug Stoff für den Chartmetable perfekt ist ich noch mehr da ist Lava da ist Lava da ist Lava da sieht nicht aus ok da hau ich endlich ab da da ich glaube ich habe das zu lieblich klar warum drauf 36 sieh was durch durch und ich vermute ich die zurückfinde aber ok nein ich werde dieser Fall noch zurückfinden ich muss nur wissen wo ich kam also ich weiß genau ganz genau das ich von hier kam und dort oben kam ich auch die Top 1000 doch halt eure Fresse ich bin einfach Jetzt habe ich verreckt gerade. Das ist ein Kleidern. Warte ich doch von hier. Geh doch. Da. Lass mich in Ruhe. Okay, ab nach oben. Alter. Ich komme doch von hier, oder? Alter. Muselig. Alter, der bewegt sich die ganze Zeit nach links, nach rechts. Wasser. Hör auf, dich nach rechts zu bewegen, du Ficker. Kann ich mal hier? Ja, 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 ziemlich sicher. Ja, ziemlich sicher. Wie mache ich die Wiki ein bisschen frei. Ja klar, kommt das Wasser natürlich hier hin. Fick dich Wasser. Okay, hier haben wir einen Creeper. Oh, neu. Ich bin ja falsch equipped. Fick dich. Ich bin ja falsch equipped. Ganz verreckt. Okay. Ach, jetzt bin ich hier. Okay, ich bin, ich müsste eigentlich nah dran sein von da wo ich herkam. Weil ich glaube, ich kam von hier. Ich glaube, es ist gut. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte mir echt mal ein Video reingucken sollen. Ich merke ja andere YouTuber an, dass, dass sie es nicht angesehen haben, nur weil sie nicht wissen, wo die hin müssen oder passiert das mir selber. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Au! Oh, leut! Ich habe nicht hier. Folgt der mich? Folgt dieser Wichser mit? Stalker. Ich will doch nur raus. Ich meine, ich habe ja den Weg, wo ich herkam, gekennzeichnet mit Holz. Diese Gegend kommt mir nicht wirklich bekannt vor. Also hier haben wir einen Creeper. Sogar zwei. Ah, scheiße! Oh, scheiße! Mein Schwert ist gerade kaputt gegangen. Das ist gar nicht gut. Zum Glück habe ich genug Sachen, mir schnell ein zweites Schwert zu machen. Was hieß doch hier die Schlucht? Ah! Au! Nein, ich falle hier nicht runter. Okay, Vollwog habe ich jetzt mal hier. Ich will doch nur raus. WTF und wo habe ich jetzt? Okay, ich glaube ich bin völlig verloren. Hilfe! Oh! Achso, wie habe ich? Nein, ich höre ein Skelett. Ich mag Skelette nicht mehr. Das sind wir seitdem, wie sie angefangen haben, sich geblich zu wehren. Okay, von hier kam ich scheinbar nicht. Dann glaube ich wieder zurück. Wo ist mein gekennzeichneter Weg? Vielleicht da von hier unten? Ne, ich war ja gar nicht so weit unten. Also ich war definitiv nicht auf Diamanthöhe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf Diamanthöhe bin. 27 bin ich. Ich war so auf Höhe 40, glaube ich. Okay, wo bin ich? Aber hier. Achso, jetzt bin ich hier. Jogi, warum stotter ich denn so viel? So, hundertprozentig kam ich von hier oben. So. Lauf ich mal diesen Weg. Ich glaube, von hier kam ich, oder? Also von hier... Äh... Hier ist die Schlucht. Hör auf, dich zu bewegen. Das ist Todesurteil, Alter. Alter! Hör auf damit! Ich schwöre, ich wechsle den Controller. Okay, wie questa Creeper? ich glaube dass ich das zurück schaffe ist doch nicht wahr wo kam ich denn ich habe kein essen mehr scheiße und ich weiß nicht sehr mal unter wasser bin ich glaube dazu wo ich mich sicher fühle das ist nicht fair aber ich werde die folge hier wenden müssen wir sehen uns in der nächsten folge und ja bye